ja heute ist ja wild schon ja egal schon vier bären glaube ich ne was hachse und schwarz wir sehen ach du schaust eigentlich ich habe mich gefeilt hier das sah so gut aus kann nur mir passieren wir können so einen Garage hält Remich und kommen wieder und decken um nix aber dann fließt du da runter hihihi